Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest eine Nachricht von oben anzunehmen bei Kreuzfavorinren in Eisgrüne an dieser Position. ForQuest war platzende Blasen und genau wie die ForQuest gehört auch dieser Quest zum Shadowlands Pre-Page. Heißt also, wenn Shadowlands schon erschienen ist, könnte es sein, dass es diese Quest nicht mehr gibt. Also nicht Wunder. Nun darf man an dieser Position diesen Argentum Hippogryphen verweiten bzw. einfach benutzen und dann fliegt er los. Nun darf man ein bisschen zuschauen oder ihr könnt auch AFK gehen, wie auch immer. Ich bleibe aber vor dem Bildschirm. Falls ihr wissen wollt, was ich sonst mache, dürft ihr gerne auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen. Link dazu findet ihr in meinem YouTube Kanal Banner rechts unten vom Banner. Auf der Facebook-Seite Poste ich die Software, was ich gerade so mache und was ich Tolles aufnehme oder was noch nicht funktioniert aufzunehmen. Dürft ihr also gerne liken und abonnieren, wie ihr wollt. Auf jeden Fall seid ihr dann ein bisschen mehr auf dem Laufenden. Nun kann man hier ein bisschen zuhören, falls man mag. Und jetzt aktualisiert sich die Quest. Zweitkräfte der Geyser getötet. Dazu hat man hier beim Hippogryphen so extra Knöpfe bekommen. Einmal frechen Schaden und einmal mehr so gezielten Schaden. Also die 2 nennt sich weiter zum Angriff. Dadurch hättet man seinem Mob diese Hippogryphen auf den Hals. Die Hippogryphen alleine langen, aber nicht um den Mob direkt zu töten. Also sein Großer, wenn er volles Leben hat, müsst ihr in Kombination mit der 1 machen. Ja und es geht ziemlich flott. Ich habe jetzt schon 52%. Falls die Mobs vor euch umfallen, ohne dass ihr geschossen habt, könnte es sein, dass ein anderer Spieler vor euch fliegt und die beschießt. Die anderen Spieler sieht man nicht immer irgendwie, aber man sieht, dass die Mobs am Boden plötzlich umfallen, obwohl man nicht geschossen hat. Ich nehme ja auch die Quest auf dem Batch Server auf. Könnte es also sein, dass es ein Bug ist. Wer weiß. Nun ist die Quest bereit zur Abgabe. Jetzt habt ihr keine Kontrolle mehr über diesen Hippogryphen. Also vorhin ist er zwar auch selber geflogen, aber immerhin habt ihr diese Buttons gehabt. Jetzt ist nichts mehr da. Und jetzt fliegt er zurück. Falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ich versuche zu helfen. Oder schon ein paar Mal haben ein Verspieler geholfen, die die Videos angeschaut haben. So, da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei Kreuzfavorin Ren in Eisgrüne an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr mir auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Desweitens poste ich euch noch in der Videobeschreibung den Link zu meinem Twitch-Kanal. Eizocke Ende Ich würde euch noch sagen, per Mal Idee. Okay? Ich würde euch noch zu Hause, wenn ihr seid, wie ich euch irgendwie bei psychiatrist Ellaner.